Tretet hin an die Anklagebank. Wer von euch frei von Sünden ist, braucht von der Heiligen Inquisition nichts zu befürchten. Bist du dir irgendeiner Schuld oder Sünde bewusst? Nein. Nein? Du verstehst sicher, dass ich deinem Wort nicht einfach Glauben schenken kann. Geht und nehmt meinen Segen auf eurem Weg ins ewige Fegefeuer.